was geht und herzlich willkommen zu diesem neuen video hier auf meinem kanal und heute gibt es einfach mal ein fußballvideo mit das war kein krass unerwartete leute ja wir machen heute torrotschießen also linien schießen also ja soll ich jetzt erklären wir machen halt hier sind wir können sehen hier sind linien leute wenn wir ein tor schießen also wenn wir hier rein treffen dann dürfen wir eine linie zurück auf diese linie und wenn wir hier oben treffen dann dürfen wir zwei linien zurück und das erste hier bei dieser bäume hier angekommen ist hat gewonnen leute und deswegen wenn es noch zu lange dauern wird kommt hier natürlich nach vorwand schießen hier vorne und ja ich würde sagen leute jetzt brauche sie und du fangst mal an ok sie und drückt so leute nun bin ich dran ich höre das ist so schwierig durch dieses kleine lückchen durchzugucken ich glaube ich werde nicht treffen keine ahnung aber ja habe ich mir gedacht ja leute dann kommt nun simon wir sehen uns bei sie ok mein bruder ist dran ok let's go nein ja ok leute nun bin ich wieder dran ich hoffe ich werde es jetzt schaffen wie gesagt ich sehe so wenig durch diese maske tuch ja leute let's go ich habe getroffen simon ich hole auf nun leute simon ist maske ok leute nun ist simon dran und wird der es machen nein schade leute oh ihr probiert den nachschuss ok leute ich hoffe ich werde es jetzt schaffen wie gesagt ich kann es nicht garantieren es ist sehr schwierig und leute let's go also ich schwör leute das ist so schwierig hier das nur so kleine löschen aber ok die und so simon bist du bereit für den nächsten wurf hatte simon ähm ja simon ich würde sagen let's go ja leute ähm wie gesagt das dauert jetzt gerade ein bisschen zu lange wir haben jetzt schon ein paar versuche gebraucht die sind die werde ich natürlich jetzt nicht zeigen weil es sind sehr viele und jetzt haben wir beschlossen weil es sonst zu lange dauert machen wir hier gleich bei dieser goldenen linie hier vorne leute und ja leute und dann schießt es wieder einmal und machen wir hier Torwand schießen mit simon dann ist jeder abwechselnd Torwand und ich würde sagen Leute ja wir sehen uns wenn es los geht so leute simon ist dran ok bist du bereit go es hat nicht so geklappt es hat nicht so geklappt ok leute ich werde jetzt probieren von da von dieser goldenen linie da oben rein leute wie ich weil ich werde es schaffen und go 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 ok ja leute wir sagen wir sehen uns dann wir machen jetzt hier Torwand schießen mit simon ja leute wir sehen uns ok leute ähm nun macht Simon den ersten kurz wie gesagt machen wir es immer abwechselnd und ja hier wir lassen den ersten Kuss begegnen sorry und wunsch also das ist work das ist work ich sehe so wenig aus dieser Macht es ist bald schwierig aber ok leute ich würde sagen ich werde jetzt den Schuss machen wir sehen uns so leute nun werde ich einen Schuss machen gegen simon let's go oh 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 Digger ich dachte gerade hier geht doch ein ich ne ok sie und du hast dann geschieht ne ok sie und jetzt fahren ok leute nun bin ich dran ich traf die ganze sind kurz nicht ich traf die ganze sind kurz nicht ich traf die ganze sind kurz nicht also dann jetzt kann ich noch den Unentschieden machen wir sehen uns so leute ich den Schuss und alles entscheiden so viel und sag mir unser Ding jetzt heute ist bisschen mit Wendor und zwar jetzt müssen wir nicht auf den Tor schießen bis es unentschieden ist und bitte sagen Leute Leute, let's go! Ja, Leute, ähm, ja. So, kommt noch her. Alter, was machst du da, Simon? Was machst du, du R2-D2-Monster? Ja, Leute, also ich würde sagen, das war's mit diesem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Abo und ein Like da. Simon, ich würde sozusagen 152, nee, 153 Abonnenten-Special, Leute. Also, wie gesagt, wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Abo und ein Like da. Und ja, dann zeigen wir wieder. Ciao!